Sie tippt! Es hat begonnen! Meine Emoticon-Kollegen! Heute wird ein wahrer Test eures Charakters sein. Das sag ich euch. Manche von euch machen sich Sorgen. Andere haben Angst. Nun und ich bin wütend! Ich will, dass sich ein jeder von euch an diesen Moment erinnert. Genau diesen. Der Moment, in dem ihr helft, Gefühle auszudrücken, welche nicht in Text allein zusammengefasst werden können. Ihr seid dabei, euch euren Weg zu setzen, zu kämpfen, in einer geschickten Art und Weise. Eliminiert Missverständnisse. Beseitigt Fehlkommunikation durch falsche Ausdrucksweisen. Oder schwächt eine sonst hart wirkende Bemerkung ab. In anderen Worten, ihr seid dabei, euch euer Schicksal zu erfüllen! Ne, Emoticon! Cool, Mann! Sie tippt! Es hat begonnen! Bereit machen für die Antwort! Lachgesicht! Rein mit dir! Und los geht's! Oh nein! Verdammt! Zwinkern! Halt dich bereit! Alles, was du sagst! Los! Alles klar! Komm schon! Komm schon, Baby! Komm schon! Verrückt! Rein da! Blablabla! 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 Oh, scheiße! Es ist schlimmer, als ich dachte! Verwirrt! Rein mit dir! Äh, was? Wo? Äh, wie muss ich? Äh, los! Rein da! Sofort! Oh, ähm... Hehehehe! Äh, blablabla! Leute! Was passiert da? Wartet! Ich denke, wir sollten die Webcam anmachen! Schlechte Idee, Strebergesicht! Hm! Sei still, Reißverschlussgesicht! Oh, mein... Ich kann das erledigen, wütend! Setz mich ein! Lass es! Warte noch! Herz! Jetzt! Huah! Wir haben es geschafft! Der Sieg ist unser! Ja! 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 Vielen Dank.